Cyber-Attacken auf Unternehmen sind immer häufiger erfolgreich. Dabei überwinden Angreifer aber immer seltener technische Hürden wie Firewalls und Virenscanner. Stattdessen nutzen sie Software-Schwachstellen aus und veranlassen ihre Mitarbeiter mithilfe von Social Engineering-Methoden zu schädlichen Handlungen. Unser Cyber-Werkschutz hilft ihnen dabei, diesen neuen Bedrohungen wirkungsvoll zu begegnen. Denn der Service wurde speziell entwickelt, um auffälliges Verhalten von Benutzern und Programmen auf Geräten im Netzwerk zu erkennen und sofort Gegenmaßnahmen einzuleiten. Auch fehlgeschlagene Admin-Logins und Manipulationen an Sicherheitsobjekten auf Domänen-Controllern werden erkannt und gemeldet. Der Cyber-Werkschutz überprüft außerdem ihre Systeme im Internet laufend auf Schwachstellen und informiert sie, wenn Hacking-Tools in ihrem Netzwerk verwendet werden. Unser Deep Web Monitoring überwacht kontinuierlich ihre E-Mail-Domain und sendet ihnen einen Alarm, wenn Daten ihrer Organisation in gehackten Datenbanken im Darknet auftauchen. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und menschlichen Sicherheitsexperten bietet ihnen der BWG Cyber-Werkschutz den entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil bei der Früherkennung von Angriffen auf ihr Unternehmen. Besuchen Sie unsere Website unter www.cyber-werkschutz.de Hост Alarm Hölg Hölgi 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 Hölgi